Hallo zusammen! Im letzten Video haben wir geklärt, was es für drei Aggregatzustände gibt und was die für Eigenschaften haben. Heute möchte ich euch noch kurz zeigen, wie denn die Übergänge, das heißt von einem Aggregatzustand zum nächsten, wie denn die genannt werden und wie denn diese aussehen. Als allererstes schauen wir uns den Übergang von Flüssig zu Gasfeuerbegange an. Dieser Übergang kennt ihr vielleicht vom Nudelwasser, vom Kochen. Diesen Übergang nennt man in der Chemie Sieden. Sieden ist ein anderer Begriff für Kochen. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt ganz kurz. Ich habe hier jetzt etwas Wasser und ein Siedesteinchen hier drin. Immer wenn wir einen Stoff zum Sieden bringen, machen wir ein Siedesteinchen mit hinein, denn sonst kann es zu einem Siedeverzug kommen und dann könnte sich schlagartig das Wasser ausdehnen. Das ist in der Chemie immer wichtig, dass wir ein Siedesteinchen mit dazu machen. Ich halte das nun über meinen Gasbrenner mit der rauschenden Flamme. Und ihr könnt schon hören, wie es anfängt zu blubbern und man sieht es auch direkt. Hier haben wir ein Sieden, das heißt ein Kochen des Wassers. Genau das ist das Sieden, wenn eine Flüssigkeit beginnt zu kochen und gasförmig wird. Hier vorne sieht man hoffentlich auf dem Video den Wasserdampf aufsteigen. Das Wasser wird um gasförmig und vermischt sich mit der Luft, geht in die Luft über. Der nächste Übergang, den ich euch zeigen möchte, ist von gasförmig zu flüssig. Diesen Übergang nennt man Kondensieren. Kondensieren bedeutet, dass ein Gas in den flüssigen Zustand übergeht. Dies kann ich euch ganz einfach zeigen, indem ich jetzt gleich noch mal Wasser zum Sieden bringe und eine kalte Glasplatte darüber halte. Hier habe ich nun etwas Wasser, das werde ich jetzt erhitzen und kurz warten, bis es siedet. Das Wasser kocht nun, das heißt es siedet. Es geht nun vom flüssigen in den gasförmigen Zustand über. Wenn ich nun eine kalte Glasplatte hier drüber halte, beginnt die Glasplatte zu beschlagen und es bilden sich kleine Wassertröpfchen. Hier seht ihr jetzt die Wassertröpfchen, die sich gebildet haben. Das heißt, hier an der Unterseite ist das Wasser nun wieder flüssig geworden. Also hier haben wir einen direkten Übergang von gasförmig wieder zu flüssig. Vor allem die Brillenträger kennen das. Sie kommen in einen Raum rein und die Gläser beschlagen, weil diese Gläser sehr kalt sind, vielleicht noch von draußen, vor allem im Winter. Wenn man dann in den warmen Raum rein läuft, wo eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann schlägt sich diese Luftfeuchtigkeit direkt an den Brillen nieder. Dann kommen wir zu dem Bereich fest zu flüssig. Wenn ein Stoff von dem Aggregatszustand fest zu flüssig wird, dann nennt man dies Schmelzen. Ihr kennt das vom Eis im Sommer, ihr kennt das aber auch von den Eiswürfeln. Ich habe euch hier mal eine Zeitrafferaufnahme von einem schmelzenden Eiswürfel gemacht, den ich aus dem Eisfach mit den Minusgraden rausgeholt habe und einfach in eine Schale gelegt habe. Dankeschön. Der nächste Übergang ist von flüssig zu fest. Den Übergang nennt man erstarren. Erstarren kennt ihr aus dem Eisfach oder auch vom See, zum Beispiel Wasser wird fest, wenn es erstarrt oder man kann es auch ganz gut sehen bei Kerzen, wenn ich eine Kerze angezündet habe, das Wachs ist flüssig, ich mache die Kerze aus und das Wachs wird wieder fest. Das ist dann Erstarren. Dazu habe ich euch das kurze Video gemacht, ich habe mal ganz kurz einfach in den Eisfach reingefilmt. Leider kann man das nicht so gut sehen, weil ich da keine Zeitrafferaufnahme machen konnte, aber man sieht mal, wie das so stundenschrittweise dann vorangegangen ist. Um euch das Erstarren einfach auch kurz zeigen zu können, aber das sollte eigentlich jeder von zu Hause kennen. Ich bin jetzt hingegangen und habe hier mal Wasser und Eiswürfel reingelegt, also das ist alles hier noch flüssig und das schaue ich jetzt nur alle paar Minuten mal kurz durch, mal schauen, ob das Ganze auch fest wird und erstarrt. Jetzt gucken wir hier nochmal ins Eisfach rein und sehen schon, dass hier die Eiswürfel jetzt schon erstarrt sind. Das heißt, hier habe ich schon teilweise feste Eiswürfel, festes Wasser. Auch hier drin haben wir schon eine Eisschicht oben. Das ist jetzt wirklich das Erstarren, von dem ich gesprochen habe. Das ist noch nicht ganz dicht, noch nicht ganz fest, aber hier oben hatte ich jetzt schon eine leichte Eisschicht drauf, die ich auch hier zerbrechen kann. Das ist das Erstarren, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das sind die Übergänge, die man kennt. Die kommen im Alltag vor und passieren relativ häufig. Zwei Übergänge und zwar der von gasförmig zu fest und von fest zu gasförmig. Die habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Diese beiden Übergänge sind nur für das M- und das E-Niveau wichtig. Aber auch diese gibt es und dass ihr sie gehört habt, möchte ich sie euch jetzt hier auch einmal anschreiben. Der Übergang von fest zu gasförmig nennt man Sublimation. Dabei geht der Stoff wirklich direkt in den Übergang fest zu gasförmig ohne zu schmelzen dazwischen. Auf der anderen Seite von gasförmig zu fest nennt man diesen Übergang Resublimation. Die Sublimation und die Resublimation kommen im Alltag so gut wie gar nicht vor. Höchstens bei Extrembedingungen, zum Beispiel in einem Vulkan, wo es extrem heiß ist, dass ein Stoff da direkt den Übergang macht. Oder in der Antarktis, wo kochendes Wasser direkt fest wird, ohne nochmal flüssig zu werden dazwischen. Das sind so Punkte, da kann man das Ganze sehen und beobachten, aber wirklich nur bei Extrembedingungen. Dazu gibt es aber auch ein Experiment dazu. Das zeige ich euch in einem separaten Video. Das habe ich euch verlinkt für M- und E-Niveau nochmal. Einfach das Experiment zur Sublimation und Resublimation. Das hier sind jetzt alle Übergänge mit den Aggregatzuständen und damit haben wir auch schon die ersten Eigenschaften und die erste Grundlage für die Chemie geschaffen. Jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.